Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Wild Wild West, im Wild Wild West Krimi. Ja, Krimi. Warum man da dran denn immer läuft? Weiß nicht wie man das einstellt. Mit dem Silo rotieren. Ich muss das ausprobieren. Ich hab das jetzt beim Entladen auf rotieren. Weiß nicht, ob der dann die Spuren anfängt wie er soll. Ich hab einen zweiten LKW davon gekauft, ne? Seht sich nur in so einer drastischen, die hat weniger geworden. Den müsst ihr auch irgendwo rumfliegen. Ich hab die ganze Hose am Silo eingefahren. Ne, einiges Glück. Ist ja auch ein Schick, ne? Und das hab ich noch gemacht. Wir haben noch einen zweiten LKW gekauft. Den hier. Wir brauchen ja doch mal Schlagleistung wieder. Und da gehen angeblich 50.000 Liter rein. Wir brauchen einen dritten LKW. Ich finde, das ist die beste Lösung. Helga hat direkt den Platz genommen, ne? Mal gucken, ob das wird weder. Ich hab kein Plan. Wir haben hier aber ganz schön was auch gemacht, ne? Guck mal, da kommt der nächste. Also drei Abfahrer ist zur Pflicht. Geht gar nicht mehr. Da muss einer auf dem Feld zahlen. Ja. Wir gehen natürlich voll in den Kuh. Und er kommt auch zum Feld, ne? Also hier. Das war ein LKW. Ich hab da mit den Kursen eingefahren. Deswegen hab ich mir entschieden, diese Mühe zu machen. Muss irgendwie jetzt klappen. Aber das kann es nicht so sein. Den müssen wir eben. Ich hab keinen Plan, oder? Ich hab echt keinen Plan. Davon eine ganze Menge, ne? Ob das jetzt funktioniert, oder nicht? Mit hier in einem Silurie und da. Weil ich muss auch heute noch was anderes aufnehmen. Ich weiß nicht. Ich hab noch soweit zu kommen. Und dann ist das Schweinebau. Die ganze Menge. Das ist ohne Trinken. Mal gucken, ob wir jetzt hier wegkommen. Und dann, ob wir wieder in 10.000 worden gehen. Das ist schon gut zu wissen. Ich fände auch ab, du Beans. Oh, wir haben keinen. Der fährt wieder ganz zu, oder? Der fährt wieder ganz zu, oder? Der fährt wieder fleißig fest. Der fährt wieder ganz zu. 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 Ich sehe, ist jetzt auch da. Der hat auch Bock. Machen lassen, ne? Was ist das? Machen lassen. Fahr hin, du. Kollege. Hängen jetzt. Wir müssen hier ins Schwimm kommen. Nichts nicht. Guck wie weit unsere Mission jetzt hier abgeschlossen sind. Feld 44. 80%! Da habe ich ihn losgeschickt, ne? Da sind wir mit 6% hier in Lieferdetail. Ich bin echt am überlegen, ob wir die alte Kartoffelmission machen. 725.000, aber das wird auch ewig dauern. Da haben wir im Moment keine Wagen für. Aber normal muss man das annehmen. Feld 8 muss ein GD-Transport hin. Resert. Wer ist denn einer? Ist das hier hinten irgendwo? Bäckerei. Aber wenn du der erste über die halbe Map vor musst, dann bringt das nichts. Was bist du hier? Was ist hier? Molkerei war hier. Hier ist Dings Bones. Was bist du? Okay. Ich will schon nicht hier irgendwo sein, ne? GD-Transport. Es ist über die halbe Map und damit Kartoffeln. Ich weiß ja nicht. Bin ich mal an, was ich hier. Dann gucken wir nach, wenn man... So, ich werde wieder dran vorbei. Du die kein Zwang an, aber hinten ist ein Nebensächtling, Kollege. Ich schaffst das schon nicht an, was ich hier. Die haben fleißig zu tun, ne? Aber so muss es sein. Hier ist schon bald ein Ende, ne? Wir werden ihm schon nochmal sagen bekommen, ne? Weil dann Ende ist relativ, ne? Don und Porbon. Wir haben ihm schon sagen bekommen, bitte. Er ist unterwegs, wie gesagt, gut. Die Hexe. Er fällt fleißig fest, ne? Ich mach gar nix. Ich bin vorn und hund, ne? Ich könnte jetzt noch nicht den Ventilator rausholen, das geht nicht. Das ist so viel zufrieden. Ich weiß nicht, wie ich stehe. Wir finden immer noch ein bisschen wie nice, ne? Oder ich hab doch geworfen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Drei mal den Kandel der Manu. Wenn wir nicht mal alles von morgen finden, dann können wir kurz nehmen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich muss mal... Oh, okay. Ich kann mal eben da eine für mich hingehen. Wie immer eine so vorne liegen? Ich schiebe da, wenn ich voller Aufnahmen machen soll, ne? Das ist scheiße. Das sind zwei noch zu wenig, aber mehr gibt's nicht. Wir haben jetzt genug Kohle ausgegeben. Wir sind schon wieder blank. Toller ist schon wieder alle weg. Ich kotze nicht so ein. Die müssen wir gleich eben helfen. Die hat der Leuchte mal lässer. Eine Kuh will. Und jetzt fährt die Drille natürlich wieder hier nicht die Dinger ein, ne? Guckt auch immer gut. Ist ja auch noch nicht so lange. Nicht seit das Spiel raus ist, aber das ist ja auch immer noch nicht gefixt worden, ne? Ich bin ja ein bisschen unwissend immer, was das angeht. Ich hab keinen Plan, ehrlich. Der macht seinen Job, das ist gut. Irgendwie hat er schon festgefahren? Weiß das einer? Wie viel ist er noch nicht in Siegel, ne? Zwei Wagen. Macht's aber gut, ne? Um dafür, dass der noch ordentlich Zeit hat. Diese Brödels sind halt schon alle, oder? 100% Verdichtung, ne? 70.000 sind drin. Das macht er echt gut. Was schwebt? Ist immer noch nicht da rum. Und jetzt ist das der zweite, ne? Ist das der zweite? Wann ist das nicht so? Eine milde Gabe. Gabe, eine milde Gabe. Nicht mit uns. Wir haben das nicht so gegeben, wenn jedem alles nicht funktioniert, wie es funktioniert. Das ist ja auch irre, ne? Das habe ich ja gut hingekriegt. Nicht. So. Und eben hier so ein bisschen um die Seite, holen wir später ab, ne? So. Das haben wir auch erledigt. Schon wieder falsche Richtung. Schon wieder falsche Richtung. Wer das jetzt richtig macht, ich bin gespannt. Ich bin mir dann nicht sicher, ob ich die Kruse nicht alle verkehrt eingefahren habe. Wir werden sehen. Ihr seid live dabei. Wir kommen noch nicht. Mal weg. Schöne alte Runde. Kannst du mitarbeiten. Auch gar nicht teuer. Über 250.000. Und das hat der ja gut hingekriegt. Schafft ihr das heute auch nicht mehr zum Knoten? Der Exel hat doch einen an der Knispel, oder? Oh, oh, oh. Vielleicht werden wir uns geworben. Ich spannte den Flitzenbogen. Ich hoffe, ich hab den nicht alle verkehrt eingefahren. Ich weiß dir nicht, ne? Wenn ich bis du auch hier noch nicht weggeschmolzen bin, könnte es klappen, ne? Aber mit CP und Festlaufen fahren, das ist ja Prämien, ne? Also, wenn die Tensuko und die Jungs da mal kennt persönlich, dann sagst du mir einen echt fetten Dank vor mir. Das ist doch richtig krank. Das haben sie richtig krank. Das ist doch gar nichts mehr mehr. Ja. Jetzt ist sie ja noch die ganze Spur. Hier. Oh, und da haben wir die. Auch wenn es hier gibt, ist es als eine Art, die sich am Ende von der Jetzt ist es so ein Loch. Es ist so ein Loch. Einen Loch ist es so ein Loch. Und ich weiß, was das ist so ein Loch. Und ich weiß, was der Loch ist so, als ich das nicht. Das ist so ein Loch. Ich weiß, wie der Loch ist es so. Irgendwas habe ich falsch eingestellt. Ich weiß nicht was. Das ist kacke. Darf das nicht rein? Ja, das wäre hier falsch eingestellt. Ich weiß nicht was. Ich kann es eigentlich sagen, was ich hier falsch eingestellt habe. Jetzt brauchen wir Autosafe gewährt. Was ist die Routine? Ja, scheiße. Ich kann es mir jetzt sehen, was du hier machst. Ich kann es mir jetzt sehen, was du hier machst. Ich kann es mir zu Tüchspuren nehmen. Jetzt fährt er nur rückwärts, ey. Ich kriege einen Affen. Ich verstehe es nicht. Das ist die Tüffelkette. Kann es mir einfach mal sprechen. Jetzt fährt er nur rückwärts. Also manchmal, kriege ich mich das auf. Vor der jetzt hin uploaden. Ach, liebe Leute. Ich werde es noch mal ein bisschen probieren und versuchen. Ich sage erst mal Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal. Und ich wollte nichts mehr verpassen. Dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sorgen. Warum kippt ihr jetzt hier hin, wenn ihr gar nicht die Abkleidepunkt hier habt? Das verstehe ich nicht. So. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.